Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Studierende, meine sehr geehrten Damen und Herren, 2022 war für uns ein ganz besonderes Jahr. Wir durften wieder in vielen spannenden Projekten gemeinsam arbeiten an der Zukunft der Mobilität forschen, aber wir durften auch ein tolles Jubiläum feiern. Das Institut wurde 120 Jahre alt. Das war natürlich ein toller Anlass, ein willkommener Anlass, gemeinsam sich mal wieder nach der langen Covid-Zeit zu treffen, sich auszutauschen, zurückzuschauen auf das, was wir gemeinsam in den vergangenen Jahren geschaffen haben, auch unsere Vorgänger schon geschaffen haben hier am Institut. Toll fand ich persönlich auch die kurze Fahrt mit dem Tretauto mit meinem Vorgänger Prof. Walentowicz. Und wir hatten natürlich auch die Gelegenheit, unseren Familien und Projektpartnern mal zu zeigen, was wir hier am Institut alles so in Summe treiben. Ja, zurückschauen ist natürlich toll, macht Spaß, tolle Erfolge gemeinsam mit anderen. Aber noch wichtiger ist es aktuell, nach vorne zu schauen, die Zukunft zu gestalten. Wir stehen gemeinsam vor riesigen Herausforderungen. Energieversorgung ist unsicher geworden, nicht nur für die Mobilität von morgen. Der Klimawandel ist immer noch da. Es stellt sich die Frage, wie wir als Volkswirtschaft unabhängiger werden können von anderen Wirtschaftsräumen auf dieser Welt. All das erfordert, dass wir auch Mobilität neu denken und neu definieren, dass wir nach neuen Ansätzen suchen, wie nicht nur wir jetzt hier als privilegierte Menschen mobil sein können in der Zukunft, sondern eben auch diejenigen, die Leistungseinschränkungen haben, die heute schon Schwierigkeiten haben, eben mobil zu sein. Eine tolle und schöne Zusammenarbeit konnten wir initiieren mit der Aktion Mensch. Und da geht es genau um diese Mobilität für Menschen mit Einschränkungen. Das sind Projekte, die wir auch weiterführen werden. Das Projekt Enable zum Beispiel, das einen inklusiven Zugang für Menschen mit ganz unterschiedlichen Leistungsvoraussetzungen von Mobilität aller Art erschließen soll. Wir wollen aber auch die unterschiedlichen Zwecke von Mobilität noch zielgenauer adressieren. Wir haben auf der einen Seite haben wir die Mobilität im urbanen Raum, wo es vielleicht auch mal darum geht, die Einkäufe zu schleppen oder nicht mehr schleppen zu müssen. Da möchte ich das Projekt Urbant beispielsweise nennen. Das sind Service-Roboter-Fahrzeuge, in denen man nicht mehr sitzen kann, sich auch nicht draufsetzen sollte, sondern die einfach die Kiste Wasser oder was auch immer, das schwere Gemüse, nach Hause fahren, die einem folgen. Letzten Endes wie früher vielleicht ein Maultier oder ein Haustier, was auch immer. Oder Ansätze, wo wir individuell mobil sind in der Stadt mit viel, viel leichteren Fahrzeugen. Also ist es denn wirklich die Lösung der Zukunft, dass wir zwei, zweieinhalb Tonnen Fahrzeuge bewegen müssen mit schweren Batterien, um von A nach B zu kommen? Oder brauchen wir nicht vielmehr ganz leichte Fahrzeuge, die wir mit unserer Muskelkraft vielleicht nicht nur dirigieren, sondern wo wir mit der eigenen Muskelkraft dann letzten Endes auch zur Fortbewegung beitragen und dabei dann auch etwas hier gegen das, was uns jetzt Weihnachten erwartet in Form von Kohlenhydraten und Plätzchen, wo wir da so ein bisschen gegenarbeiten können. Also wir nennen das Biohybride, durch Muskelkraft zumindest assistierte Fahrzeugkonzepte. Ja, ein weiteres spannendes Projekt, was ich hier nennen möchte, ist Unica Agil, wo wir mit sieben weiteren Universitäten und einigen Unternehmen sehr erfolgreich zusammenarbeiten. Hier geht es um nicht weniger als eine Architektur für fahrerlose Fahrzeugkonzepte. Dieses fahrerlose Fahren erfordert eine ganz andere Vernetzung, ein ganz anderes Maß an Intelligenz im Verkehrssystem. Viele sprechen vom Software-Defined Vehicle. Deswegen war auch ein wichtiger Baustein in diesem Projekt war die Definition einer Software-Architektur für fahrerlose Fahrzeuge, die natürlich sich auch für andere Fahrzeuge einsetzen lässt, die es letzten Endes erlaubt, auch einzelne Softwarekomponenten agil austauschen zu lassen. Eine große Herausforderung in der Entwicklung dieser Fahrzeugkonzepte, dieser sehr intelligenten Fahrzeuge, stellt letzten Endes die Absicherung dar. Also der Nachweis, dass diese fahrerlosen Fahrzeuge letzten Endes deutlich sicherer fahren, als wir Menschen das tun können. Sie haben sicher schon alle von digitalen Zwillingen gehört. Da sind wir gerade ganz schwer in der Produktion, denn diese digitalen Zwillinge des Verkehrs, aber auch der Straße, wo wir mit den Bauingenieuren zusammenarbeiten, die haben letzten Endes zwei große Vorteile. Der eine große Vorteil eines digitalen Zwillings des Verkehrs in Echtzeit ist, dass er es Fahrzeuge, vernetzten Fahrzeugen ermöglicht, sozusagen um die Ecke zu schauen. Das heißt, Dinge zu sehen, die man mit den eigenen Sensoren des Fahrzeugs überhaupt nicht erkennen kann. Dadurch kann man eleganter, vielleicht komfortabler, auch effizienter fahren. Das heißt, digitale Zwillinge des Verkehrs stellen einen wichtigen Baustein der zukünftigen Mobilität dar. Auf der anderen Seite nutzen wir digitale Zwillinge zur Absicherung dieser Fahrzeuge. Das heißt, wir erheben heute schon in großem Umfang Daten. Zum einen von sogenannten Roadside-Units, wo wir von Masten herunterschauen auf den Verkehr. Wir nutzen Drohnen, um von oben aus der Perspektive eines Vogels sozusagen auf den Verkehr zu schauen. Und wir nutzen dann diese Daten, um zu analysieren, wie fahren denn Menschen heute? Wie werden denn Menschen heute durch andere Verkehrsteilnehmer gechallenged, also herausgefordert? Wie müsste man denn reagieren, um Unfälle zu vermeiden? Wie wird denn eine bestimmte Verkehrssituation in Form eines Drehbuchs gelöst durch den Menschen einerseits oder viele Menschen einerseits und auf der anderen Seite durch eine automatisierte Fahrfunktion? Stellvertretend an dieser Stelle möchte ich Projekte nennen, wie zum Beispiel Accord, wo wir hier in Aachen, aber auch an der Autobahn nach Düsseldorf in der Nähe von Altenhofen sogenannte Roadside-Units aufgestellt haben, die mithilfe von Kameras und Laserscannern letzten Endes einen digitalen Zwilling des Verkehrs in Echtzeit berechnen. Komode Next war ein weiteres spannendes Projekt, wo wir auch in Düsseldorf Level 3 automatisiert gefahren sind. Das heißt, an vielen Stellen geht es darum, dass wir bereits in der Simulation mithilfe der Nutzung von vielen Daten, von künstlicher Intelligenz nicht nur unsere Mobilitätsbausteine der Zukunft entwickeln können, sondern eben auch schon bewerten, Absicherung absichern können und prognostizieren können, welche Wirkung sie denn einmal entfalten werden. Ja, wenn wir den Verkehr von heute erleben, dann spielen da nicht nur Schadstoffemissionen, CO2-Emissionen eine Rolle, sondern auch akustische Emissionen. Das Projekt Balsam zum Beispiel hat zum Ziel, dass wir die akustische Auswirkung von Verkehr auf eine Umgebung simulieren können, prädizieren können, um letzten Endes auch an dieser Stelle dann zu optimieren, bevor diese Fahrzeuge und Verkehrsregelungen dann letztendlich in der Realität umgesetzt werden. Auch das nächste Jahr wird besonders spannend werden. Wir sind total glücklich, dass es uns gelungen ist, ein Folgeprojekt zu Unica Agile aufzusetzen. Das BMBF hat uns in den letzten Tagen den Bewilligungsbescheid zugesandt für das Projekt Autotec Agile. Bei Autotec Agile geht es darum, die Architektur für fahrlose Fahrzeuge, die wir in Unica Agile entwickelt haben, zu erweitern auf nicht automatisierte, auf andere Fahrzeugkonzepte, auf eine intelligente Infrastruktur, Leitwarten, eine übergeordnete Leitzentrale, sodass wir das, was wir heute als Mobilitätssystem kennen, erweitern können, um ein Mobilitätsökosystem, in dem eben alle Verkehrsteilnehmer letzten Endes miteinander vernetzt sind und von Updates, Upgrades von Funktionen und Software profitieren können. Dabei begleiten uns nicht nur die Partner, die schon in Unica Agile gemeinsam geforscht haben, sondern das Konsortium ist wesentlich größer geworden. Es sind OEMs, also Fahrzeughersteller, genauso dabei wie große Zulieferer bis hin zu Unternehmen aus der IT-Industrie und es sind natürlich auch andere Kollegen, weitere Kolleginnen und Kollegen von Lehrstühlen dazu gekommen. Damit Sie sich selbst ein Bild machen können, wie wir uns automatisiertes Fahren von morgen vorstellen, möchte ich Sie ganz herzlich einladen, am 11. Mai nächsten Jahres nach Aldenhofen zu kommen, ganz in die Nähe von Aachen, denn da wird das Abschlussevent stattfinden des Projekts Unica Agile. Jetzt steht erstmal Weihnachten vor der Tür. Ich möchte Ihnen deswegen erstmal eine schöne Weihnachtszeit wünschen, dass Sie etwas zur Ruhe kommen, die Zeit genießen, sich erholen und natürlich dann frisch gestärkt in das nächste Jahr hinein starten. Vielen Dank für die tolle Zusammenarbeit im zurückliegenden Jahr. Ich freue mich sehr, Sie dann im kommenden Jahr in alter Frische wiederzusehen und gemeinsam mit Ihnen ans Werk zu gehen. Dankeschön und alles Gute! Vielen Dank! Vielen Dank.